Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This War of Mine. Auf geht's zum zweiten Tag. Katja war auf der Suche nach Vorräten und hatte einige interessante Dinge mitgebracht. So, dafür darf das Mädel jetzt auch erstmal ein Ründchen pennen. Hungrig. Er kann schon mal was basteln. Und sie darf schon mal... Da brauchen wir erstmal... ...einen Herd herstellen. Den platzieren wir natürlich in der Küche. Alles andere wird ja keinen Sinn machen. Derweil kann Arsia hier schonmal weitergraben. Und danach können wir ein Ründchen kochen. Sobald wie möglich noch ein zweites Bett bauen. Plus fünf Grad ist das nicht. Du kannst jetzt... ...erst mal kochen, Mädel. ...dass er was zu essen kriegt. Schade, ein zweiter Ofen geht nicht. Werkbank geht auch nicht. Aber wir können... ...nochmal Holz machen. Also Feuermaterial. Ein Händler, hoffe ich. Ja. Was hat er denn anzubieten? Was wir auf jeden Fall gebrauchen können... ...ist Nahrung. Was können wir dafür bieten? Das ist ihm nicht genug. Echte Zigaretten. Munition. Waffen haben wir ja eh noch keine. Können wir noch was dazunehmen. Können wir noch was dazunehmen. Ne, dann lassen wir es dabei. So, jetzt kann es Mädel aber was zu essen kochen. Dass die was zu futtern kriegen. Oh, wir brauchen Filter. Dann darf er den gerade noch bauen. Den können wir bauen. Sie hat genug geschlafen. Dann kann sie... ...sie kann dann... ...und dann darf sie kochen. Hungrig sind sie ja alle drei. 1 Uhr 10, wir haben also noch ein paar Stündchen. So. Wasser können wir machen. Herstellen. ...und jetzt gibt es auch was zu essen. Dann bekommt er davon eins. Dann bekommt er davon eins. Sie davon eins. Dann zieht er das zweite, dritte. 3 Uhr 30, dann kann Katja eigentlich da oben noch was weiterbuddeln. Dann kann er noch irgendwas bauen. Ah, er kann... ...nö. Er kann hier buddeln. Gelegenheit müssen wir das Haus abdichten. Dann wird es auch wärmer. Aber im Moment geht das leider noch nicht. Okay. Da kommen wir im Moment, glaube ich, noch nicht hin. Ja, jetzt kann sie das noch essen. Oh, sie hat einen Weg gefunden. Sehr gut. Das nehmen wir natürlich alles. Ah, es wird Nacht. So, Katja darf wieder plündern. Asir muss wache stehen. Und er darf im Bett schlafen, dass er morgen auch wieder fit ist, zu bauen. Und wir gehen wieder in den zerstörten Wohnblock. Da waren wir ja gestern noch lange nicht fertig. So. Wo mussten wir denn hin? Da konnten wir noch was mitnehmen. Hier gab es noch was zu holen. Und da auch noch. Und da auch noch. So. Hier oben gab es, glaube ich, auch noch. Genau. Ach, da können wir erst mal hier. Bevor wir da ganz hoch laufen. Oh, können wir nicht alles nehmen. Das geht. Und ein Holz können wir noch mitnehmen. Das lassen wir noch mal hier. Dafür nehmen wir dann noch mal zwei Holz mit. Die lassen wir auch noch mal hier, weil wir haben noch keinen Kompass. Dafür nehmen wir die zwei Holz mit. Holz ist wichtiger als Tabak. So, dann gehen wir heim. Den Rest holen wir morgen. So, Katja ist zurück. Und für uns das Signal, dass die heutige Folge beendet ist. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.